Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Klingelmatt 2 mit mir im Shardux, gut dann machen wir mal weiter. So, ich hab in der Zwischenzeit meine Charaktere auf Level 99 gebracht und zusätzlich alle weiteren Formen, die ich habe und auch meine Freunde ebenfalls auf Stufe 7. Na, ich demonstriere euch das einfach mal eben ganz kurz. So, gehen wir dafür einfach mal kurz ins Menüchen. So, und zwar hier sehen wir Heldenform, Waisenform, Meisterform, Überform und Rufen auf Stufe 7. So, Rufen kann man ganz easy leveln, indem ihr einfach Freunde beschwört und einfach mit denen kämpft. Ja, keine Ahnung. Und kurz bevor ihr halt bei Drive-Leiste 0 seid, schnell zum Speicherpunkt auf die Weltkarte und Vorgang wiederholen. So, Überform habe ich glaube ich ganz easy gelevelt, indem ich einfach zur Welt, die niemals war, gegangen bin, da war ich ja eben die ganze Zeit und niemanden geklatscht habe. So kriegt ihr halt eigentlich auch die Form relativ schnell auf Level 7. Ne, auch hier einfach kurz bevor Drive-Leiste auf 0 geht, schön zum Speicherpunkt und zurücksetzen lassen. Gut, alles klar. Ich glaube, das wäre es erstmal, was wir dazu sagen können. Ja, vielleicht noch, dass wir jetzt mit Zora die ganze Zeit gleiten können. Ne, das kriegt man ja, wenn man die Überform levelt. So, ist eigentlich sau, sau nice. Ne, da kann man mit Viereck einfach ganz durch die Luft gleiten. So, hier machen wir mal nix an den Kombos. Da verändern wir nix. Hm, vielleicht packen wir aber noch hier Dings dazu. Esprit und MP hast. So, und ich glaube, damit ist fast alles abgegolten. Und zwar vielleicht noch bei Goofy. Da habe ich die Königswache hergestellt. So, dieses Schild ist stärker als die Akasha-Chronik. Ja, die habe ich ja im vorletzten Part, glaube ich, total angehimmelt. So, da ist sogar ein Item-Boost drauf. Ein mächtiger Schild mit unvergleichlicher Angriffskraft erhöht den Effekt von dem Kampf eingesessenen Items, die HP wiederherstellen. Oh, ganz cool eigentlich. So, wunderbar. So, dadurch, dass wir unser Freunde-Level auf Stufe 7 gebracht haben, haben wir auch den dritten Cup hier freigeschaltet, den Titanen-Cup. Und den werden wir jetzt antreten. So, und deswegen fahren wir einfach mal zu Hades auch hin. Kammer des Hades, wunderbar. Und legen gleich direkt auch mal los. So, der Titanen-Cup. Sora muss alleine kämpfen. Du kannst in diesem Turnier alleine Freunde herbeirufen. Okay, ich bin mir sicher. So, Sora muss alleine kämpfen, kann aber Freunde zu Hilfe rufen. Du verlierst Punkte, wenn Soras Schaden nimmt. Besiege alle Gegner, ohne alle Punkte zu verlieren, um siegreich zu sein. Gut, alles klar. So, die beiden Gegner hier, oder die drei, oder die fünf, wie auch immer, ziehen wir so wie immer zusammen. So, kein Thema, würde ich sagen. Nicht wirklich. So, hier. Mach keine Faxen. Kapott. So, haben wir die erste Runde schon mal gemeistert. So, Runde zwei. Das ist natürlich bei den Gegnern ein bisschen... Och, ja. Sagen wir mal haariger. So, ja. Puh. Ich wurde... Hier wurde ich glücklicherweise nicht gehittet. Das ist ja ganz... Ganz schön positiv. So. Wow. Das läuft ja eigentlich ganz gut. Er hat schon mal vorhin mal so einen kurzen Probelauf gemacht. Und der lief eigentlich überhaupt gar nicht gut. Da wurde ich so oft von den Gegner getroffen. Das gibt's gar nicht. So. Bitte alle hier miteinander verknüpfen. Nein. Nicht. Nicht. Oh. Heiliger. Nein. Oh, jetzt krieg ich doch den Hammer ab, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Klasse. Genau das. Guck mal, wie viele Punkte man da oben verliert. Genau das meine ich. Einfach am besten die Fresse halten. Ja. Klasse. Jo. Okay. Ich hab ihn zwar geowned, aber ich bin im kritischen Lebensbereich. Cool. Jo. Das sah gerade fast aus, ob die mich ownen wollen würden. Haben die auch fast, wahrscheinlich. Ja. Gut. Weißt du, welche Runde kommt jetzt? Vier? Runde fünf. Oh, Runde fünf sind wir schon. Oh, das ist natürlich wieder eine andere Sache. Ey, geht weg von mir. So. Ich will Peter Pan rufen. Ja, auf jeden Fall. So. Ich zieh euch einfach mal eiskalt alle zusammen. Da kann ich euch am besten platt machen. Ja. Das lief auch wirklich sehr, sehr gut. So. Bleibt eigentlich Peter Pan hier bei mir? Oder? Ja, weniger. Ja, weniger, ne? So. Wir rufen Peter Pan einfach nochmal. Ja, klasse. Herkommen. Zusammenziehen. Und sich von Steinen hitten lassen. Das Beste, was es gibt. Ja, die ziehe ich auch definitiv zusammen. So. Ruf dann wieder Peter Pan. So. Und ich würde die dann auch gegebenenfalls nochmal zusammenziehen. Einfach nur, weil die da halt unschädlich gemacht werden. Oder relativ. Zwar nicht komplett, aber geht schon. Los, los, los. Schrei noch mehr los. Vielleicht ist dann mal irgendwo mal was los hier. Runde acht. Herkommen. Ich brauche gleich eigentlich mal ein bisschen MP. Ich glaube, das gönne ich mir gleich. Hui. Aber mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Uhuhu. Oder fliegen, hätte ich gesagt. Einfach nur, bis die Leiste einfach vielleicht wieder da ist. Oh. Das selben wir einfach mal das Schlüsselschwert genau durch seinen Schritt. Oh. Halbfinale. Oh mein Gott. What the fuck. Nein. Ah. Nein. Geht weg. Verpisst euch. Geht weg von mir. Macht keinen Scheiß. Macht keinen Scheiß. Alter. Oh mein Gott. Ich bekomme aufs Maul. Ah. Mein Gott. Hallo. Was soll ich machen? Ich bekomme die ganze Zeit aufs Maul. Wir sind dran. Ja. Wir sind dran. Geh weg von mir. Verpisst euch. Hilfe. Ich habe irgendwie viel zu sehr Angst runter zu gehen. Aber Dings kann mir so auch nicht helfen. Aber was soll ich machen? Meine MP muss ich erstmal regenerieren. Ja. Ist klar. Und du kommst von oben und nervst mich jetzt. Oder was? Ne. Garantiert nicht mein Freund. Boah. Junge. Was geht ab? Herky mein Freund. Was geht? So. Peter fahren. Okay. Den geht es eigentlich ganz gut. Ich habe doch gedrückt, Mann. Halt's Maul. Oh ja. Guck mal. Das kann man auch reflektieren. Einfach seine Punches. Guck dir diese Punchlines an, man. Oh. Ey. Oh. Weiß ich nicht. Boah. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. What the hell is going on here? Wuhu. Alter. Mein Herz ist mir in die Hose gerutscht. Willkommen zu den Paradox Cups. So. Was haben wir dann? So. Der letzte Cup ist nun auch verfügbar. Der Hades Paradox Cup. Gänfe Seite an Seite mit deinen Gefährten. Diesem Turnier gelten je nach Durchgang ganz unterschiedliche Regeln. Es werden kein XP vergeben. Und ja. Das Turnierlevel ist 99. Puh. Und da müssen wir mal gucken, ne? Was wir da machen. Ein Runde ein. Das ist ja gut, dass sie die Regeln einfach immer ändern. So. Wahrscheinlich wird es hier auch richtig hart sein. Teilweise. Denke ich mal. Wenn das ein Level 99 Turnier ist. Ich meine, der Titan Cup war Level 80. Und der hat es auf jeden Fall schon in sich gehabt. Her, komm. Alles klar. Bis jetzt geht's ja. Da kann man sich nicht beschweren. Runde 3. Hä? Okay. Wo ist jetzt die Schwierigkeit dabei? Ist jetzt noch... Gerade noch... Weiß ich nicht. Oh nein, die Pflanzenviecher müssen kaputt. Die sind doof. Die Spucken und irgendwelche blöden Sachen. Das ist immer so ganz böse. Ach, halte ich nicht mit den Nageln und stimme direkt zum Dicken. Okay. Vulkanausbruch. Keine Ahnung. War das gut oder schlecht? Was sagst du? Hä? Will der überhaupt mit mir kämpfen? So. Vulkanausbruch. Hui. So. Wie kann man jetzt am besten gegen ihn fighten? Kann ich einfach draufhauen? Ne, ne? Oder doch? Ich glaube, gegen den war Eis-Magie eigentlich auch ganz geil, oder? Weiß ich nicht genau. Irgendwie sehe ich gerade keinen Sinn da drin, wirklich die Magie zu usen. Okay, Vulkanausbruch. Zack. So, dann lassen wir den einmal drehen. So, damit schleudern wir den einfach noch zurück. Müssen wir aber, glaube ich, so machen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hau einfach drauf. Ne, so wie immer eigentlich. Vulkanausbruch. Hui. Hui. Ach, ich kann ja einfach auch Drive benutzen, ne? Fällt mir gerade ein. Wieso sind die denn platt? Was habt ihr gemacht? Sind die doof? Wieso seid ihr down? Das macht doch gar keinen Sinn. Komm schon. Hau nicht zu weit ab, mein Freund. Vulkanausbruch. Hui. Keine Ahnung. Ist das normal, dass ich ihn direkt wegschleudere? Ich glaube nicht. Ich glaube, beim nächsten Mal warte ich einfach mal ein bisschen. Ich glaube, dass wir hier eventuell noch eine größere Kombo machen können. Wirklich, bei sowas. Kann ich nicht einfach. Das wollte ich probieren, genau. Okay, es geht. Es geht tatsächlich. Der Reflektor ist echt krank in dem Game. Ich weiß nicht, wie ich früher ohne Reflekt gespielt habe in dem Game. Ich habe es nämlich überhaupt nicht benutzt damals. Ah! Oh mein Gott! What the fuck? Ja, ist klar. Da passt mein Arme nicht auf, kriegt man trotzdem die Bombe von oben ab. Ist klar. Ne. So, Leute. Nachdem wir dieses Turnier abgeschlossen haben, da wisst ihr Bescheid, ne? Da setzen wir uns ran an das Ende von Kingdom Hearts 2, Leute. Das ist Baseball vorbei. No! Aber irgendwie auch ein freudiges Ende, muss ich sagen. Also das Display hat mir wirklich sehr gefallen. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß dabei. Muss man wirklich schon mal an. So, und ich kann es einfach kaum abwarten, einfach wirklich einfach mal Kingdom Hearts 3 zu spielen. Ah! Ich hoffe, es kommt bald raus. Und dann für PC bitte. Steam Edition. I need it! Ich kann mich wahrscheinlich aber voll und ganz, äh, Dings widmen. Falls wir sie 15 sind, wahrscheinlich, wenn ich das Projekt fertig habe. Ah, okay, gut. Stimmt. Stimmt nicht ganz. Ich muss ja noch gewisse andere Projekte fertig bringen. Ja. Stimmt. Ne, eigentlich, eigentlich muss ich da noch was machen. Ja, komm schon. Ich mach keine Faxen jetzt hier. Dickerchen. Ja, komm. Das. Boah, hat das Schaden gemacht. Krass. Was wir gerade pariert haben. Boah, Junge. Ich hör, Digga, Land. Da war was. Das war auf jeden Fall damage-schul. Ja, ne, ne. Du kannst da deine Kollegen gerne zersäbeln, aber mich nicht, mein Freund. Mich nicht. Boah, ich hatte jetzt hier aber noch keine K.O.-Regel bis jetzt. Wann kommt denn das? Wir sind jetzt gleich im Halbfinale, glaube ich. Runde 10. Okay. WTF, wie viele Runden ging es? Gibt es denn hier denn? Wie viele Runden waren da jetzt? Oh Gott. Oh mein Gott. Scheiße. So, machen wir mal Überform. So, ich hab mal Lust, einfach mal das hier zu nutzen. Ja, ich heile mich mal. So, ist gewollt, ja. Kann ich hier so auch mal ein bisschen Schaden machen vielleicht? Wäre das möglich? So, Runde 10. Wie viele Runden gibt es jetzt? 25? Ich hab's bestimmt sogar vorgelesen. Irgendwie weiß ich's nicht. Alter. So, tiefer kaputt. Tiefer kaputt, ja. So, ist Juffi gleichzeitig kaputt gegangen? Verarsch mich nicht. Wirklich? Kämpfe dich mit den Regeln des Titanen-Kampfes bis Runde 20 vor. Was? Nein. Das heißt, Hora muss alleine kämpfen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und? Dieser blöde Punktescheiß ist jetzt aktiv. Kann nicht wahr sein. Na, das kann ja was werden. Tatsächlich. Oh mein Gott. Das wird nix, Leute. Das wird nix. Das hab ich mir jetzt einfacher vorgestellt, als es ist. So, ihr könnt ja gerne Boom machen. Allerdings nicht in meiner Anwesenheit. Dankeschön. Oh, das hätte ich vielleicht üben können. in diesem Deutschstoß. Der ist eigentlich ganz useful. So, wer will noch? Du willst, ne? Huch. Bist du böse? Du bist nicht böse, ne? Ah. Nur er hier ist da drin? Oh mein Gott. Das soll nur aus euch werden. Ja, klasse. Hallo. Krass. Die sind krass. Die sind echt beschissen. Die haben mich gerade aber sowas von in so einer Combo gehabt. Da konnte ich nix gegen machen. Ich hab ganz viel versucht, den Reflektor zu usen, aber... Nö, Fußekuchen, ne? Warten auf eben. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Lanzenritt. Und... Und... Und Runde 20 wird mich jetzt übelst kaputt machen, ne? Wenn da auch diese Regel ist, ne? Mit diesen Dings, weiß ich auch nicht. Eissturm! Bam. Weg mit dir. So, viel Spaß. So, ich hoffe, du hast keine blöden Fähigkeiten. Ich hoffe, die sind einigermaßen angenehm. Und jetzt? Keine Ahnung. Irgendwie weiß ich nicht, was ich in dem Moment machen soll. Kann ich da überhaupt irgendwas Gescheites machen? Ach, scheiße. Stimmt ja, da war ja was. Ähm... Können wir mal rufen. Stitch... Stitch hat immer so ein bisschen Heilung für mich. Das ist ganz cool. Oh, nein! So, Zora kann auf diesen Eis ausrutschen, ne? Glaube. Bin mir nicht sicher. Aber... War so, ne? So, was machen wir? Eissturm wieder. Eissturm! Hui! So. Schön weg mit dir, mein Freund. So. Stitch, du machst ein bisschen Music. Aber Music heißt doch immer Kugeln, oder nicht? Wieso sehe ich da nix? Wieso sehe ich da nix? Keine Kugeln. Oh, oh. Ja, ich benutze einfach mal Heilung. Einfach nur, damit meine MP gleich wieder fresh ist, wenn ich's brauche. So, wir haben noch 22... äh, 222 Punkte. Hui! Herkommen! Herkommen! So, jetzt macht keine Faxen bei mir, ne? Schön zusammenziehen. So ist brav. Schön einfach auf Distanz halten. Das ist wirklich das Sicherste, was man machen kann. Schön ein bisschen sicherer spielen. Ich mein, wir haben ja keinen zeitlichen Druck hier. Also, ich schon, vielleicht, ein bisschen, ja, aber ihr nicht. Also, ich hab spielerisch keinen Druck. Alter. Ja, klasse. Da kommen noch mehr Gegner. Ja, ja, alles klar. Ich hoffe wirklich, dass ab Stufe 20 diese Regel weg ist. Ich weiß gar nicht, wie ich die überhaupt so viele Runden aushalten soll. Herkommen! Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also, wie mach ich das jetzt? Ich wollte einfach nur warten. Bis ich meine Dings wieder hab, meine Mana. Nein! Alter. Genau das wollte ich verhindern. Und zwar, dass sie mich hauen. Oh mein Gott! What the hell? Ey! Ich hab gedrückt! Wieso trifft mich das Scheißzeug? Ey, was ist denn los hier? Wieso sind hier jetzt so viele von diesen spuckenden Kackteilen? Ich weiß nicht, wie ich das hier werten soll. Ich hab einfach nur Angst um mein Leben gerade. Ist das irgendwie verwerflich? Was ich mir gerade denke? Scheiße. Glaube nicht, ne? Glaube eigentlich ganz berichtigt. Ja, wunderbar. Hier, komm. Gebe ich den Treffer. Und tschüssi! Mein liebes, kleines, hässliches Pflanz... Pflänz... Pflänzlein. So, wenn ich diese Runde überstehe, hab ich vielleicht noch Luck. Oh mein Gott. What the hell? Ich muss hier eigentlich nur versuchen. Kurz rufen. Oh mein Gott. Peter Pan, hilf mir! Oh, hilf mir! Geht kaputt. Merf mich nicht, hilf mir! Ihr merkt, ich werde einfach ruhig, weil ich einfach voller Anspannung bin. Aber richtig, ich bin angespannt wie so ein irrigierter... Hm, sowas Ding halt eben. Ja, ist klar. Ja, lauf. Ich hab Angst, dass das Ding mich haut, wenn ich da ankomme. Also, wenn ich hier sowas mache. Ja, bist du unbesiegbar? Wirklich? Willy? Nein! Oh mein Gott! Habt ihr gesehen, wie viel mir das abzieht? Noch eins und ich bin kaputt! Kann ich das Ding einfach kaputt spammen? Nein, kann ich nicht. Nein, ich hab acht Punkte, WTF. Woher? Ich werde verkacken in dieses Match. Safe. Ich brauch einfach nur so ein blöder Steintreffen, dann bin ich kaputt. Ah, Jesus Christ, ey, ich könnte mich ja hängen, wirklich. Oh mein Gott. Äh, ja, ich würde sagen, meine lieben Freunde, wir machen ab diesem Punkt wohl erstmal doch erstmal ein kleines Päuschen und wir sehen das das nächste Mal wieder, wenn wir dann halt auch schon bei Stage 19 sind, bei dem lieben Carlo. Ja, genau, ich würde sagen, da sehen wir uns wieder, genau. Ab dem Punkt, ja. Ja, gut, dann, äh, Leute, bis zum nächsten Mal oder rein, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao, Ducks, out, tschüssi!